So Verlassen Es hat wieder ein neuer Park begonnen, Leute Yeah, yeah Das wird jetzt auch heute der letzte Park Ich habe ja den letzten Park schon gesagt, dass ich aufhören will Das habt ihr hoffentlich jetzt nicht gehört, weil Der ist nicht da, der Sack Da kommt der Sack, ja Wieso kriegt der mal wenige Leute? Das macht mir die ganze Zeit Kämpfen Genau, ein Land Jetzt reicht's Jetzt gehe ich auf Banditenjagd Auf sie Ach ja, genau, ich bin immer noch mit denen verfeindet Ups Würde ich ja wohl wissen Mir ist zu blöd, ihr eigentliches Dorf wieder aufzubauen Ich gehe jetzt hier mal weiter und gucke mal, ob die hier ihr Lager oder so aufgestellt haben Marktplatz Warenhändler Meins, 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 meins Ich habe jetzt auch gerade echt viel Geld Ich weiß auch nicht, wohin mit dem Geld Ich muss hier irgendwie einmal nur Banditen finden Ich gehe hier oben wieder hin Ich spiele das Oh, gräfte Banditen Ja, aber das ist ja ein falschen Dorf Ich brauche dafür ein anderes Das ist ja nicht vom richtigen Von richtigen Fraktionen Ich gehe jetzt hier oben 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 Ich habe Einhörner lieb. Einhörner, Einhörner, Einhörner. Ich könnte einstreicheln, wenn sie nur echt werden. Die sind echt. Ich will die töten. Er gehört mir. Ja, weit war die Töte von Lottie. Ich brauche das nicht. Ihr könnt das ruhig behalten. Ich wollte erst nur angreifen und dann... Oh! Das seid ihr! Ich habe schon lange gesucht. Ja, mein Waffengnecht! Reite für mich, Waffengnecht. Das ist mein einzigster Reiter. Ich hoffe, du fällst nicht, Junge. Bleib... Bleib wachsam. Lass dich nicht kleinkriegen. Was? Okay. Bin, ich habe dich das. Geht's! Das ist ein Bord. Wie geht's mit dir? Den U-Bord. Sein Bord! 2-Bord! Wir haben ihn nicht. 1-Bord! 1-Bord! 3-Bord! 3-Bord! 4-Bord! Oh, ja, seid froh, dass der bewusstlos ist. Oh, ich hab da ja noch einen. So, meine Fußsoldaten sind auch alle angekommen. Zwei Tote. Ja, ich hab das Versteck. Versteck. Das ist eine schöne Hände, Sie haben auf Ihren Schultern. Das ist eine schöne Hände. Das ist eine schöne Hände, Sie haben auf Ihren Schultern. Das ist eine schöne Hände, Sie haben auf Ihren Schultern. Das ist eine schöne Hände. Ja, sehr viele Vigieren. Endlich mal was von einem anderen Stamm. Und die Seeräuber nämlich alle gefangen. Mit voll. Ich hätte jetzt erstmal mich ausgerehrt. Das ist eine schöne Hände. 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 Das ist eine große Hände. Der Schenk. Marktplatz für Pferdhändler. Das war's. geht zur Burg und der ist nicht da, ich warte hier drin eine Weile. So, wo ist Yelbegi? Da. Bereite ich mal da einen Hang. Ich glaube nicht, dass er da noch ist. Das ist er. Hab dich. Noch habt ihr euch nicht als Computer... Ich möchte euch etwas fragen. Wie läuft der Krieg? Okay. Das sind doch ihre Feinde. Ich muss bescheuert sein. Die nächsten Bauern, die ich hier treffe, werden mir leid tun. Hey, 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 hey. Oh. 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 Nee, den kann ich das... Oh, mit dem kann ich das noch nicht aufnehmen. das drauf ist geplündert das drauf ist